So, da sind wir und weiter geht es mit Assassin's Creed Odyssey. Wir waren irgendwo da unten das letzte Mal. Jetzt war noch diese Mine offen hier. Und mal gucken, ob wir das schaffen. Ab zur Mine. Alexios. Bam. Die sind hier ja schon mal irgendwie runtergefallen. Da ist ein Schatz. Da ist der Befehlshaber. Okay. Schon einige hier. Noch einer. Okay. Können wir den Funil direkt runterspringen? Ich riskiere das jetzt mal. Okay. Okay. Es gingen alle wieder, ne? Alter, Alter. Schon wieder tot. So, nächste. Okay, nächste. Okay, nächste. Na, Alter. Geh mal Schild her. Das ist hier wieder so ein Tanzjahr. Geht weg. Geht weg. Alle. Einen nach dem anderen. Nicht alle zusammen. Alter, wie viele kommen denn jetzt hier? Oder kommt noch der Söldner? Geht's hier irgendwo lang? Geht's hier. Okay. Guck mal, da sind zu viele. Echt. Da sind viel zu viele. Wo war denn ein anderes Schatz? Alter, ey. Schon eine große Anlage hier. Ja. Dann. Undhust. Geht's hier. Geht's hier. Geht's hier. Geht's hier. Geht's hier. Geht's hier. Oh, aber. Wie? Guck mal, wie viele das sind. Das ist die ganze Armee. Guck mal, wie viele. Und du-du-du-du-du. Adler-Angriff. Tja, die suchen jetzt alle. Ach, da oben ist der Schatz. Alter. Äh. Dein Tod wird mir ein Vermögen einbringen. Ist doch gar nicht wahr. Es war da oben. Hier runter. Ohohohoho. Ohohohoho. Ohohoho. Okay. Ich hab den Schatz auch noch. Das ist ja eine Geschichte. Das ist ja nichts. Krass, echt. Wo ist er denn wieder? Alter, wie viele sind das denn? Oh ja. Scheiß Feuerreichs. Alter, ist das ein Chaos hier, echt. Alter, was denn? Die kommen jetzt alle hier hoch, rechts. Ich spring runter. Alter. Was für eine Aktion. So, jetzt ist noch der eine Befehlshaber. Wer ist das denn jetzt von den allen? Bist du das? Alter, was ist denn hier los jetzt? Der tritt von da, der tritt von da. Alter, echt. Spring doch da runter. Alter. Alter, ey. Komm ins Wasser. Jetzt hab ich den Ort. Jetzt hab ich den Ort. Ort abgeschlossen. Alter, ey. Was für eine Aktion. Was für eine Aktion. Oh, coole Ecke. Coole Ecke. Ist wieder hier alles hinter mir, ne? Cool. Haben wir das? Das haben wir auch. Diese Mine. Das war die. Als nächstes würde ich gerne da hin. Machen wir das am besten. Einfach hier so hoch reiten. Das war die Aktion, echt. Das war die Aktion. Das war die Aktion, echt. Hier ist der Weg. Wir müssen aber irgendwie da rüber. Auf dem Berg. Boah. Jetzt kommen hier die Wildschweine. Die Wildschweine-Aktion. Das ist immer noch hinter uns her. Badabam, 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 badabam. Alter, ey. Lass mich doch mal hier so durch. Nein, ich hab jetzt keine Lust. Damit stehe ich ganz oben auf der Liste der Kopfgeldjäger. Boah. Achso, wir sind wieder in Arkadien, ne? Arkadien. Und du wärst gesucht. Hülle des Wahnsinns. Hülle des Wahnsinns. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Das hört sich doch vielversprechend und verlockend an. Guckuck. Verdammt, ich brauche Hilfe. Jetzt ist es vorbei. Mithilfe. Eieieieieie. Ja, Lexus. Schimm mal weiter um. Drei Schätze. Drei Schätze soll es hier geben. Der Hülle des Wahnsinns. Drei Schätze. Drei Schätze. Drei Schätze. Drei Schätze. Sehr gut, Meister der Schwert Da geht es weiter runter Hier nochmal kurz geguckt Da geht es auch nochmal runter Wie kann ich das löschen? Ist das hier im Chaos? So, jetzt beruhigen wir uns mal Spartanische Armschiene Da ist der nächste Schatz Alles mitgenommen Zack, noch einer weniger Gehen wir erstmal hier hoch Das geht ja ratzfatz mit denen Ja denn, wo denn? Kommt der hoch oder soll ich runter? Der hat einen Bogen, ne? Der hat einen Bogen Das ist Tor, ne? Oder die Okay, dann kommst du nochmal Was ist denn hier mit den Bogen, Fuzzi? Okay Alexus. Dankeschön. Da ist der letzte Schatz. Goldaxt. Wow. Oh, abgeschlossen. Haben wir das hier auch. Cool. Da war noch das hier. Da müssen wir rausgehen. Da können wir dahin gehen als nächstes. Da möchte ich gerne wissen, was das hier ist. Oh, vergrößte Hülle. Das ist der Bereich hier. Alles klar. Was ist das hier für ein Eingang? Okay, hier geht es nirgends so weiter. Dann wieder hoch. Äh, dann... Hier geht es so raus, oder? Hülle des Wahnsinns. Haben wir auch noch gemacht. Juhu. Aha, siehste. Einfach hier so ein Loch, ne? Und scheinbar. Guck mal, das sieht man gar nicht, ne? Wenn du hier so spazieren gehst, dann siehst du gar nicht, dass da ein Loch ist. So, wo sind wir jetzt rausgekommen? Irgendwo da oben. So, und wir wollen jetzt da hin. Das heißt, so... In die Richtung. Sehr gut. Schluss jetzt. Komm, da kommst du ja doch durch. Ohne Faxen zu machen. Ja, hier wird es schön grün. Ah, ja, okay. Ein Schlag hat gereicht. Ein Schlag hat gereicht. Okay, du bist die Anführerin. Guck mal, die lässt mich gar nicht. Okay, wir machen was anders. Wir machen was anders. Ah, Alter. Scheiße, 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 scheiße. Hilf dir jetzt auch nicht. Teilvoll die Kämpfe hier. Hallo. Der sieht mich gar nicht. Oh, voll getroffen. Sehr nice. Aber auch direkt mitgenommen. Und eine antike Stäle. So. Das ist alles her. Sehr, sehr, sehr nice. Ein Gebiet nach den anderen. Oh, da wollten wir schon vor so vielen Folgen hier die Ecke. Jetzt haben wir so einen Kreis gemacht. Einmal hier runter. Und jetzt wieder langsam her hoch. Da sind jetzt hier die nächsten Fragezeichen. Ich glaube, da gucken wir jetzt gerade zu. Ist das das? Ne, da unten ist das. Okay. Da unten müssen wir hin. Wo war's? Was ist wo war's? Kommst du nicht? Ab zu den nächsten Fragezeichen. Lass mich in Ruhe. Warte, hier war noch was Tolles. Lager am Fluss. Das ist bestimmt der Oberboss. Die haben bestimmt einen Schatz. Genau, alles einmal. Komm her. Oh, ein Wildschwein. Jetzt kippt das Wildschwein gegen die. Geil. Warte, ich helfe das Schwein. Da kriegst du auch noch einen drauf. Der guckt irgendwie nur doof. Im falschen. Oh, scheiße. Okay. Weckt noch einen Rauf. Vertriegt da einiges. Ja, 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 ja. Warte. Da kommt direkt der Nächste. Was soll das denn jetzt? Lass mich doch mal mit der hier alleine kämpfen. Die hab ich doch gleich. Da kommt so der Dritte. So, die ist schon die ganze Zeit am Sack gegangen. So, kurze Pause. Da ist ja alles immer noch hier drin. Komm jetzt bitte schön. Alles klar. Warte, Kätzchen, du musst warten. Nein, falsch. Nein, falsch. Ich finde nicht feindlich. Er ist da drüben. Komm mal her. Ich bin tot. Ich muss weg. Du bist so viel wert. Okay, wir haben das Lager. Weg hier. So, was sagt denn dann das nächste Fragezeichen? Das ist jetzt die Richtung, ne? Schütz-Dock. Das sind noch die zwei Aktionen hier. 49. Eine 47, eine 49. Oh je je. So, wo wollte ich jetzt noch mal hin? Äh, ich glaube in diese Richtung, ne? Komm schon, 300 noch was Meter. Ella. Okay, wir machen ja eine kurze Pause. Und es geht gleich recht weiter. Ich sage danke und bis gleich. Ciao.